Wenn ich hier direkt rauskomme, bin ich vorm Weihnachtsmarkt, sehe dann da halt Tannenbäume auf dem Boden liegen, Menschen, die verletzt sind, Menschen, die wahrscheinlich auch tot sind, Leute, die helfen, Leute, die aber auch wegrennen, am Telefon sind. Man weiß nicht mehr, ob man sich sicher fühlen soll in Berlin und ob es einen Grund gibt, sich noch sicher zu fühlen und ob man hier den Menschen, den Sicherheitsleuten überhaupt noch vertrauen kann, also kann ich zumindest das nicht mehr. Von Glück kann man reden, weil ich bin sonst fast jeden Abend da und heute auf einmal hat die Spätschicht und das ist schon Glück, oder? Ich stand am Eingang des Weihnachtsmarktes und in dem Augenblick. Und dann habe ich ein lautes Geräusch gehört und in dem Moment bin ich niedergeschlagen worden durch eine zusammenfallende Bude. Bin ich zu Boden gegangen, weil mich diese Bude halt umgehauen hat und dann habe ich im Nachhinein nur gesehen, dass ganz viele Menschen am Boden lagen, die sich nicht mehr bewegt haben. Ich bin nicht grey, ich bin. Ich bin sehr, riesig. Ich bin nicht. nämlich k counter где bin und nach Value. Ich bin ein schütz,imer manger, dass everything, das oder nicht noch braucht, ist Allgemeine, ich bin froh,'s zu Falten durch und jetzt dieses j closes Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020